Ich konnte gerade lesen Da erscheint sofort ein Pfeil Und da drücken sie dann drauf Und schon geht die Tube auf Aber erst die Nippel durch die Lasche ziehen Und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen Da erscheint sofort ein Pfeil Und da drücken sie dann drauf Und schon ist die Tube auf An der Autobahnraststätte Da hatte ich großen Durst Es gab nur Automaten Doch das war mir ganz Wurst Ich drückte auf zwei Knöpfe Da war ich auch schon nass Halb voll Cola und halb voll Bier vom Fass Kam der rote Lampe raus auf der Stand Mensch, sie müssen erst die Nippel durch die Lasche ziehen Und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen Da erscheint sofort ein Pfeil Und da drücken sie dann drauf Und schon kommt da unten Kaffee raus Ich musste mal ins Krankenhaus Mein Blindarm war defekt Die Narkose hat nicht so gewirkt Da hab ich mich erschreckt Mann, wie kriegen wir denn sie bloß auf? Hat der Chefarzt mich gefragt Nichts einfacher als das, hab ich gesagt Sie müssen nur die Nippel durch die Lasche ziehen Und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen Da erscheint dann auch ein Pfeil Und da drücken sie dann drauf Mal sehen, da geht der Bauch schon auf Ich hatte mal ne Freundin Ich bin auch nur ein Mann Doch leider trug sie nen BH Man kam da sehr schlecht ran Mann, Mädel, wie geht denn das? Ich komm da nicht mehr mit Sie sagte, komm mein Jung, ich geb dir mal nen Tipp Du musst doch nur die Nippel durch die Lasche ziehen Und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen Da erscheint dann auch ein Pfeil Und da drückst du ganz leicht drauf Und schon geht die Sache auf Ich flog mal so im Flugzeug Da fiel der Motor aus Zum Glück trug ich nen Fallschirm Und kam auch ganz gut raus Draußen wollte ich ihn öffnen Hab die Schnur schon in der Hand Voll entsetzen las ich, was darauf stand Sie müssen erst die Nippel durch die Lasche ziehen Und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen Da erscheint sofort ein Pfeil Und da drücken sie dann drauf Ich wollte es gerade tun, da schlug ich auf Dass ich das nicht überlebt hab Wird jeder wohl verstehen Jetzt steh ich hier vorm Himmelstor Kann keinen Menschen sehen Komm, lass mich rein, ihr Engels Schrie ich und trug die Wild Da sah ich an der Tür das goldene Schild Drauf stand Sie müssen erst die Nippel durch die Lasche ziehen Und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen Da erscheint sofort ein Pfeil Und da drücken sie dann drauf Und schon ist die Himmelspforte auf Und da drüben sie dann drauf